die leute herzlich willkommen auf meinem kanal, heute zockt wir wieder mal Rainbow Six Siege ja, Rainbow Six Siege hat richtig gehört, heute wird man richtig wieder, richtig wieder Toxic gespielt, also könnt ihr auf jeden Fall euch freuen auf toxische Spiele wie Revolver und so einen Kack, ähm, heute sind es drei Kollegen mit am Start, ich weiß die Namen gerade dafür nicht auswendig, aber es ist eine relativ gitschillte Runde gewesen und ja, wir sehen uns jetzt direkt beim Video Rrrrrrrrrrrrratatatata Guck mal, was? Hahaha Hahaha Was ist denn, stimmt ja? Benza Faradenzah, ja La Coca de la Coca Ja, wo wir waren, glaube ich, oder? Ja Na, second, na, oben, ganz oben, ihr hörst nämlich Zwar sind oben, fünf Leute gehen Die sind nicht oben, am Ende. Oh, schreck mich! Nöck! Mann! Nöck! Der! Du hast mich grad so aus der Ruhe gebracht. Ich hab mich fast gewohnt gehabt, Alter! Boah, der Lappen springt da vor meine Flinte, Alter! Boah! Erstmal erschreckt es Xodes! Boah! Alter, du hast mich grad so was von Hardcore geschreckt! Boah! Alter! Boah! Mein Herz! Ja, dann machst du mir gleich einen Herzefakt, Alter! Hahahaha! 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 So, I love it! Also, an deiner Stelle würde ich erstmal Rainbow deinstallieren. Hahahaha! Achso! Sorry! Es gibt's keinen Bann, pass auf! Es gibt's gleich einen Bann, pass auf! Bann auf... Keine Ahnung! Ah ja! Cupgun! So, ich bin schon wieder. Ähh ne, fein nicht. Okay, jetzt gibt's one tap. Jetzt gibt's... Jetzt gibt's one tap! Ich hab Pleck-Eis für meine Pistole. Ja, ich hab den Geist, ich hab beide noch fliegen, ja. Nein, ihr verkackt! Meine Kack-Drohne. One-Tap, Alter. Weh, du schreckst mich nochmal, du Lappen. Ich bin doch der Glück. One-Tap. Jupp. Ich bin grad so gehypt. Wo ist der letzte One-Tap? Bei mir, bei mir, hier. Alle mit Revolver genommen, Alter. Wow. Ich hab alle mit Revolver genommen. Ehre. Genommen. Oh, Gott. Ich bin grad Hyped, Alter. Ich hab grad einen Vorkack gemacht mit Revolver, was wüsst du? Ich mach das für dich noch einen voraus, statt ich's besser. Nein, ist besser. Ja, das glaub ich auch. Das glaub ich auch. Ja, ich mach ein bisschen. Ein bisschen, oder? Ja, ich mach ein bisschen. Ja, ich mach ein bisschen. Mach, Eric. Du kannst mich ruhig deep killen, du kannst mich ruhig deep killen für das. Ja, na, na, das kann nicht sein, so gut. Nein, jetzt bin ich so dead. Jetzt bin ich so dead. Nein, fuck. Einer piekt beim Backpack. Da ist einer links von der Ab... Was hab ich grad gesagt? Ihr habt's einfach noch gehört. Ihr habt nicht einmal noch geschaut. Bist du dead? Was? Was? Ja. Wahrscheinlich. Harry Potter. Ja. What? Ey, du kleine. Was denn? Ich hab gerade nur die Drohnen kaputt gemacht. Ja, und dann. Ja. Oh, ich hab geläßt. Oh, nee. Ja, endlich hab ich ihn. Ja, endlich hab ich ihn. Ja, lief einfach. Geil. Ja, ja. Ja, ich hab ihn gewontappt. Ich hab ihn gewontappt. Deswegen. Tja. Tja. Pass-off. Kannst durch. Also, Johnny. Das ist okay. Ich hab ihn gekillt, ne. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Mach mal ein Gämmersdrauch. Nein, ich muss bei Kilo. Nein, ich hätt ihn fast gekriegt. Harry, mach mal. Ja, ich glaube. Ja. Ja, ich glaube. Ja. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Ja. Was ist immer noch nicht Konzert Furz Konzert alter Ich habe noch gekriegt was da kommt ja gar nicht Hofer facken wir schlecht sehen keine gute idee von ihm das ist an minuten 20 was ist das mit dem aus der treten die herr die herr die einfach nur was die brauche ich sieg die kornel aber herr die aber auch was du kommst du manier ja jetzt was ich jetzt was ja leute falls es sich gefallen hat dann hast du unbedingt eine gute werte da bin ich da nicht und ja ich habe es nicht viel zu sagen und ja wir sehen uns dann beim nächsten wieder haupt sein die nächste erleben und ja Bis zum nächsten Mal.